da sind wir freunde server 3 wird mir stinken stinkt mir auch server 2 dicker dein ernst ist das sein ernstiger auf server 2 gleich halb neun nix geschafft heute csgo versagt das einzige 13 für server 2 mtf 77 ist ja schon aller gz zu 77 so sucht die jawohl danke ja wollte mich trollen digga dein ernst so dann werden wir zwar zu den zylikales gehen oder wie die rotz heißt das raffi nicht das so ein bisschen hier hüsey in süd du bist drei level zu low ja low bin ich sowieso low bin ich sowieso das ist ja nix neues let's spend the jokes beginn im chat wie immer sagen so wir werden jetzt hier passen case platt machen damit wir auch die 45 quest items mal zusammen bekommen ja ne psf haben wir jetzt endlich jetzt können wir wenigstens bisschen hier äh mit den quest items loslegen können wir das hier auch wieder kleiner machen wahrscheinlich leckt das erstmal wahrscheinlich leckt das erstmal boah der damage suckt aber auf Bord wer beim metzger klingelt muss sich wundern muss sich nicht wundern warum kein schwein aufmacht oh jetzt habe ich zwei monster hier herangeholt kacke alter kacke ah jetzt geht es ab freunde jetzt habe ich es jetzt sogar sogar zwei gegen einen gar kein problem alter was er mir für ein crit mit gibt ne hä ich bin digga ich bin in einer guten ADV drin da kann ich jetzt auch nicht wieder raus gehen digga weil hier ne lädt mich extra ein da kann ich ja nicht einfach raus gehen ey so ein Hurensohn kann ich ja auch nicht sein oh ein bloody dragon ist ja auch drin oh shit alter oh shit oh shit oh shit wie ich hier auch Port Bugs habe obwohl wir schon Server 2 äh Server 2 sind was passiert wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt man Cola und Bier ja ok auch schon Hulk so ist es hier nicht peinlich so ganz ohne Buffs zu leveln natürlich ist mir das peinlich aber was soll ich machen ich glaube wenn ich jetzt mein RM unhole dann wird es anfangen richtig rotzeln zu lenken ich probiere es morgen mal freunde morgen probiere ich mal den RM gleichzeitig unzuholen auf 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 vor auf ja So, ähm, wer hat die Party, muss ich kurz anschreiben, schließt der Kanin. Ich frage mal, ob Kaylin eben den entwalten kann, das wäre ganz nett, dann können wir nämlich ein bisschen leveln mit dem Typen. Ja, der ist für immer 2, oder, ja. So, die Kaylin, äh, Kaylin entwärts erstmal, definitiv sehr nett. Ich frage mal, ob er skypen will, mein Freund, da ist das, was ich ganz so langweilig finde ich beim Leveln, da hat man ein bisschen mehr Spaß. So, ähm, der kommt jetzt glaube ich, ne, oder, kommt der? Ja, da ist er. Warte ich mal kurz noch auf den, das schaffen wir eventuell sogar heute noch Level Up, Freunde. Der Witz ist MVP, Digga. Also der Witz, ich finde den richtig geil. Egal wie viele CDs ihr habt, ich hab mehr CDs, also Mercedes-Benz, ne, Mercedes. Was ist klein, grün, dreieckig? Das kleine, grüne Dreieck. Was ist klein, grau und dreieckig? Der Schatten vom kleinen, grünen Dreieck. Du hättest ruhig ne neun rauspacken können. Ja, konnte kein gescheiten finden. Das ist das Problem. Ich konnte leider kein finden, sonst hätte ich's ja gemacht. So, wo, war kommt der mein Litsche endlich mal? Der braucht auch 300 Jahre, bis er mal antanzt. Baby. Parallel dazu, schuftet Marokratz für den Hungerlohn. Da ist er. Okay, Freunde, da kommt der Styler jetzt bei Skype dazu, ohne Momento. Ich rufe den mal ganz kurz an, wo ist er denn? One moment please, ich muss kurz bei Skype einmal kurz umloggen. Werden wir sehen, ob wir hier gebrauchen, fragt der nämlich gerade. So, dann rufen wir den mal ganz kurz an. So, dann gebe ich euch die Fenster mal wieder frei. Und da sind wir. Da gucken wir mal, ob wir hier gebrauchen. So. Joa. Glaubt, der hat auch nicht die besten Buzz. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Ja. Digga, wie schnell levelst du? Ich hab Amplis geschenkt bekommen. Achso, ja, ich komm gar nicht hinterher daher. Du bist schon mal weit voraus. Ja, ja, ich weiß, ich hab halt zwei Level gemacht schon. Und ich erst mal ein bisschen lauter, man. You have food, yes. Immer diese Leecher, die ihn nicht healen wollen. Wie macht man im Skype jemand lauter? Ich hab einfach in meinem Headset lauter gemacht. Leute, wenn der Spiele-Styler im Chat zu laut ist, also im Stream, dann müsst ihr es sagen. Dann muss ich es leiser machen. Was schreibt der? Okay, I just buffed them. Okay. Hauptsache, ich krieg die mehr XP durch den. Ich kann halt mal Skype lauter machen. Bist du gerade in Azkir? Jupp, Mut in Geti. Ja, die packe ich nicht. Ich packe generell, glaube ich, die 73er noch nicht. Aber sind ja nur ein Level höher als die Fische, oder? Oder ist das bei den 70er Fischen? Nein, ich level bei den 70er Fischen. Das sind die Grown Ups. Also die höchsten Fische sind 70. Ah ja, stimmt. Die sind ja 69, 70, stimmt. Genau. Gestern hab ich bei den Carrier Bombs hier durch diese Quest von Riodas, ne? Da hab ich verreckt dann. Da hab ich auch erst mal richtig laut geschrien. Da hab ich sogar meine Maus gegen die Wand geworfen. Oh man. Ja, aber die sind ja 12 Level über dir jetzt. Vielleicht ein bisschen... Ja, aber ich dachte mit dem Bild, ne? Ja, gut. Ja, gut, hab ich gesagt, ne? Über das Bild kill wir uns immer noch streiten. Ja, ich weiß. Ich mein, ich mach ja 11k. 5% Perkill. Wie viel Prozent kriegen wir? Jetzt hab ich nie aufgepasst. 65. Ja, kriegt mein Liedschatz. Achso. Ja, hab's ja schon. So, wir haben jetzt 65. Lol, der ist viel zu leise, schreibt der Imexor. Schade, dass man Spiele-Styler nicht hört, ja? Dann werden wir das mal kurz justieren, dass man ihn hört. Eikson ist leise, wurde man mir auch gestehen. Hm, ich hasse Skype zu sehr. So. Ich versteh nicht. Ja, leider ist ja unser Teamspeak-Server auf einmal down. Ich wusste von nix, auf einmal ist er down. Never seen the Sky again. Ja, ich war drauf. Ja, ist jetzt so Clan-TS, ne? Ja, ja, genau. Und ich hab mit dem Kerl geschrieben mit dem Lieder von denen. Und dann hat er mich einfach nach 10 Minuten, haben er so die ganze Zeit geschrieben, was das eigentlich soll und so. Was da eigentlich los ist und hat er mich einfach irgendwann gekickt und gebannt. Echt? Seitdem, ja, jetzt komm ich nicht mehr drauf. Also jetzt kann ich den nicht mehr ans Bein pissen. So, Freunde, jetzt hab ich das Spiel ist alle bei der Lautstärke lauter gemacht. Also jetzt sollte er passen. Ey, wo hast du mich lauter gemacht? Ich check mich, wo das geht in Skype. Unten rechts auf Lautsprecher? In deiner Leiste? In welcher Leiste? Achso, da. Unten rechts, genau. Da gehst du auf Mixer und so Skype raus und ziehst mich da lauter. Ah, okay. Schreib mal in den Chat, ob das mit Spielestylers besser ist. Müsste jetzt eigentlich besser sein. Dem Chris Boy. 77 ist er schon. Easy. Mir reicht's, wenn ich heute das abschaffe. Hast du jetzt gestern, äh, vorgestern zwei Ups geschafft oder hast du dann gestern noch eins gemacht? Ich hab gestern noch eins gemacht. Ah, okay. Jetzt kannst du wenigstens nicht mehr sagen, dass ich Level 60 bin. Ja gut, das stimmt. Weil du warst ja echt, wie lange warst du Level 60? Ja, schon jahrelang. Ich meine, irgendwann hat sich das einfach zum Running Gag entwickelt. Ja, jetzt bin ich da endlich raus. Ne, etwas besser, aber immer noch leise. Boah, wenn ich den noch lauter mache, dann höre ich bald nur noch Chris. Du musst mal schauen. Ich hab's jetzt bei OBS dich einfach lauter gemacht. Also du kannst einfach das, was du hörst bei OBS lauter machen. Das rechte da, ne? Ja, genau. Da müsste es eigentlich gehen. Ja, ich höre dadurch aber nichts lauter. Ja, darum geht's ja. Du hörst es nicht lauter, aber im Stream ist es lauter. Okay. Darum geht's ja. Jetzt müsste es gehen, Freunde. Also, immer diese Feinjustierungen. Ja. Ohne Spaß. Und, wie war heut Schule? Äh, ja, ich war daheim. Und gestern auch. Wie, wie kommt das denn an? Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich hab meine Ausbildung abgebrochen. Ernsthaft? Ja, übelst der Bullshit. Deswegen hab ich jetzt erstmal einen Monat Feierabend und dann arbeite ich. Was machst du denn? Ach, Bundesfreiwilligendienst. Ach so. Und dann halt neue Ausbildung. Mhm. Ich finde das IT-Zeug, ey, das hat so hart angekotzt. Echt? Äh, ich bin da gar nicht mehr drauf klargekommen. Ja, es ist schon, äh, ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin ja jetzt zweit Jahr oder so dabei. Aber ich hab's mir leichter vorgestellt, so. Ich kam von der Realschule, weißt du? Hast du so alle 100 Jahre mal in dein Buch reingeguckt, immer trotzdem mal eins geschrieben. Ja, eben. Dann kommst du so Ausbildung, so mit IT-Zeugs und so. Und dann so erstmal die erste Arbeit, erstmal so fünf. Ich denk so, ja, wahrscheinlich, ey. Ja, so ging's mir eigentlich auch. Mittlerweile hab ich mich in jedem Fach auf 1 bis 2 hochgearbeitet. Pfff. Bist du auf einer Lehre, das schafft keiner über eine 3 hinaus. Die Hälfte der Klasse 5. Da hab ich mich heute erstmal wieder aufgeregt, ey. Pascal, hast du mit der Note ein Problem? Neh, ich hab mit ihm ja, ich hab mit ihnen ein Problem. Aber jetzt hab ich den Chat nicht mehr jetzt offen. Das wär vielleicht ein bisschen gut, wenn ich den aufmache. Perfekt! Wer, wer flamte über meine 2K-Critz? Naja, Dominikismo. Aber ich find das nicht gut, dass sie einfach über meine...